Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Ausmist-Video auf Freiheitsliebe leben. Wir werden uns heute wieder ins Badezimmer begeben, denn ich möchte mit dem Raum echt so ein bisschen vorankommen. Irgendwie sind da so viele Kleinteile. Da muss ich sagen, das hätte ich vorher echt irgendwie nicht gedacht. Und deswegen begeben wir uns jetzt mal zum Badezimmer. Aber vorab habe ich schon zwei Sachen in der letzten Woche aussortiert. Und zwar einmal das kleine 20 Watt Solarpanel, was ich Pascal abgekauft hatte für ein ablunden Ei. Denn ich habe mir jetzt ein größeres geholt. Und ja, ich weiß schon, wer das hier bekommt. Da kann ich nämlich jemandem eine Freude machen. Und was auch noch aussortiert wurde, ist einer von denen hier. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe letztes Mal den dritten aus der Reihe aus... wollte ich fast aussortieren und habe es dann doch nicht getan. Und was soll ich sagen? Der ist mir hier vor ein paar Tagen leider runtergekracht und kaputt gegangen, als ich am Saugen war. Und bin ich mit dem Staubsaugerrohr dran gekommen. Und naja, das ist leider hin. Ja, dementsprechend können wir das dritte Glas davon dann auch als aussortiert kaputt, aussortiert aber leider, mitrechnen. Heißt, diese Woche 32 Teile wieder aussortieren. Übrigens, wer das Format nicht kennt, 500 Teile aussortieren bis Silvester. Jede Woche 16 Teile. Jeden zweiten Sonntag gibt es ein Video dazu, in dem ich dann 32 Teile für die vergangenen zwei Wochen aussortiere. Bedeutet, von den 32 Teilen sind jetzt schon zwei aussortiert und wir suchen uns jetzt noch weitere 30, damit für diejenigen, die es nicht hier wissen, die beiden Schränke vielleicht sogar irgendwann weg können und ich nur noch den Hohn hier behalte. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Und deswegen werden wir jetzt mal hier mit dieser Kiste weitermachen, mit der wir letztes Mal angefangen sind. Hier war auch letztes Mal schon einiges an Krimskram drin und ist jetzt immer noch und zwar einiges, was ich glaube ich nicht mehr brauche. Beim letzten Mal muss ich sagen, die hier hätte ich aussortiert. Ich habe noch drei so verschiedene Brauntöne davon auch gehabt und muss sagen, ich bin mit Makramee angefangen und habe zwei Sachen sogar schon verschenkt. Und für mich selber würde ich diese Farben jetzt eigentlich aussortieren, aber ich glaube, ich habe Lust, so ein paar Sachen zu machen, die ich verschenke. Und ja, deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Genauso wie das ganze Perlenkrams hier, was auch von meinen Dreads noch übrig ist. Auch diese Holzperlen in dem Leo-Muster, das ist ja voll meins. Ja, da werde ich auch irgendwie was Schönes mit Makramee mitbasteln und werde die definitiv noch verwenden. Ich muss sagen, das ist halt echt so ein Punkt, das finde ich total schön, dass ich jetzt irgendwie was gefunden habe, dass ich diese Sachen noch irgendwie verwenden kann und vielleicht sogar jemandem eine Freude damit machen kann und so. Denn ja, so viele Sachen auszusortieren und wegzutun oder einfach so wegzugeben, ist manchmal halt echt irgendwie gar nicht so einfach. Und manchmal bin ich halt auch so ein bisschen missmutig gestimmt und bin so ein bisschen traurig, dass ich so viele Sachen habe, die ich halt irgendwie nicht benutze, die ich irgendwann mal gekauft habe und die einfach für mich halt irgendwie so keine Verwendung haben. Wisst ihr, was ich meine? Das macht einen manchmal so ein bisschen traurig, auch wenn ich sagen muss, dass ich unheimlich froh bin und es mich super erleichtert, dass hier nach und nach halt einfach irgendwie so ein bisschen mehr Ordnung einkehrt, dass hier weniger Sachen sind, die ich irgendwie nicht brauche und so. Auch wie diese Rondelkiste, die ich halt irgendwie Ewigkeiten nur im anderen kleinen Badezimmer rumstehen hatte und die halt eben überhaupt nicht angeguckt wurde. Naja, und jetzt dadurch, dass ich sie aussortiere, benutze ich sogar das Garn und fange mal an, Makramee zu machen, was mir mega Spaß macht. Also ja, manchmal findet man dann doch irgendwie so kleine Schätze, von denen man im Prinzip gar nicht wusste, dass man da halt irgendwie solche Schätze hat. Und ja, findet auch immer Spaß dran. Dann habe ich hier zwei Pinsel, die ich definitiv nicht mehr brauche. Genauso wie diese alte Nagelfeile, die fühlt sich nämlich echt so ziemlich glatt an. Ich glaube, mit der kann man gar nicht mehr richtig feilen. Ich dachte immer, dass diese Metallfeilen halt irgendwie ewig halten, aber die fühlt sich so glatt an. Damit kann man garantiert keine Fingernägel feilen. Dann finden sich hier eins, zwei, drei Nagelklipser. Ich weiß nicht, warum ich so viele davon habe. Oh, hier ist eine Spange dabei. Also ich glaube sogar, dass ich noch woanders welche habe. Und ich glaube, ich habe auch schon mal welche aussortiert. Also es ist Wahnsinn. Ich habe sie mir definitiv nicht alle gekauft. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Auch dieses Armband hier werde ich aussortieren. Das ist noch eins von meiner Mutter, aber das ist irgendwie Modeschmuck. Das färbt also davon habe ich auch noch eine Kette oder hatte ich eine Kette? Ich weiß gar nicht, wie ich die schon aussortiert habe. Und ja, die wird bei vielem tragen, wird es leider grünlich. Und ja, deswegen, das darf auch aussortiert werden. Oh, Leute, sehr spannend. Schaut mal, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Sicherung für die Heizung. Also für den Heizungsknauf, damit man den nicht so weit drehen kann. Ich glaube, jetzt bei den steigenden Heizkosten mit einem kleinen Kind ist das Gold wert. Ja, den werde ich auf jeden Fall irgendwo anbringen, wo ich keinen habe scheinbar. Dann habe ich hier, ich habe keine Ahnung, wie viele Mini-Haargummis drin. Die habe ich mir damals auch tatsächlich, glaube ich, wegen meinen Dreads gekauft. Und ich muss sagen, manche davon, die reißen halt einfach super schnell. Das ist super nervig. Und ja, da kriegt man natürlich irgendwie so tausend von, weil von den Dingern halt irgendwie öfter mal welche kaputt gehen. Und ich habe hier so verschiedene. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Ich habe hier, habe ich jetzt so ganz viele Durchsichtige. Ich habe aber auch Weiße und Schwarze. Und diese Weißen und Schwarzen, die reißen super schnell. Die Durchsichtigen aber nicht. Und ich habe zwar keine Dreads mehr, aber in letzter Zeit mache ich das manchmal ganz gerne, dass ich mir hier irgendwo so kleine dünne Strähnchen raussuche und mir die Flechte. Hatte ich jetzt letzte Woche auch. Und natürlich auf dieser Seite zwei geflochtene Strähnen und auf der auch. Weil gerade im Sommer, wenn man mit offenen Haaren rumlaufen möchte und so dicke und so viele Haare hat, ist das echt übel. Und wenn ich nur vier Strähnen flechte, dann merke ich direkt, dass so viel Volumen einfach weg ist. Und ja, das ist manchmal echt ganz angenehm. Da war ich tatsächlich froh, dass ich diese kleinen Haargummis da wiedergefunden habe. Deswegen werde ich jetzt mal eben die Durchsichtigen raussuchen und behalten und irgendwie mal gucken, wo ich die ordentlich hin tun kann. Und die anderen, die werden aber aussortiert. So, also ich würde sagen, die anderen Haargummis, die hier noch drin sind, diese kleinen, die zähle ich jetzt einfach als eins und nehme jetzt ein Haargummi-Demonstrativ daraus, ja, dass wir gleich gut zählen können. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spangen. Die größeren zähle ich jetzt, glaube ich, einzeln. Da sehe ich, oh, da sehe ich auch noch eine goldene Spange. Die ist auch noch von meiner Mutter. Sowas benutze ich aber auch nicht. Die darf auch ausgemistet werden. Und was sehe ich hier noch? Eine Pinzette. Ja, ich habe eine Pinzette. Eine zweite brauche ich nicht. Oh, nee, hier ist noch eine siebte. Und ich würde sagen, genau wie beim letzten Mal, werde ich die ganzen Bobbypins, also diese anderen kleinen Spangen, die ich hier noch zuhaufe drin habe, auch einfach als eins zählen. Das Problem ist, also hier habe ich ja jetzt schon sieben Spangen und wenn ich davon jetzt wirklich jede einzelne zählen würde, dann wären wir jetzt, glaube ich, und jedes Haargummi und so, dann wären wir jetzt, glaube ich, schon wieder mit dieser Dingens nicht fertig, weil das dann definitiv mehr als 32 Teile sind. Und sonst komme ich einfach nicht voran. Also, nee. Also Haargummis wird als eins gezählt und auch die kleinen Bobbypins, die werden auch als eins gezählt. Was wiederum bedeutet, dass wir hier mit dieser Box endlich fertig sind. Und das freut mich. Ich habe nämlich vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen etwas bestellt, was ich leider direkt wieder mit aussortieren kann. Wenn wir uns mal diesen Schrank hier widmen, die, wie wir schon mal aussortiert haben, also diese Schublade, dann sehen wir einmal das Epiliergerät, was ihr noch nicht kanntet. Das hatte ich Pascal ausgeliehen, weil da halt auch so ein Rasierer, so ein Aufsatz bei ist. Also ich benutze das auch nur so und nicht als Epilierer. Genau, den habe ich wiederbekommen. Und was ihr, glaube ich, auch nicht gesehen habt, nee, genau, was ich mir neu besucht habe, ist Hanna Tattoo Farbe. Ja. Leute, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe sie ausprobiert und irgendwie fand ich das auch echt richtig cool. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die ausprobiert, also die gekauft, weil ich dachte, vielleicht kann ich mir damit meine Augenbrauen sogar langfristig, ja, einfärben, beziehungsweise so, ne, non-permanent tätowieren. Denn ich benutze auch Hanna Haarfarbe, also Naturhaarfarbe, es ist kein reines Hanna, was ich nutze. Aber deswegen bin ich halt irgendwie so auf diese Idee gekommen. Ich habe auch mal mit 14 oder so was so ein Hanna Tattoo gehabt oder so und habe gedacht, hm, probiere ich einfach mal aus. Das Blöde ist aber, wenn du dich mit Hanna nicht auskennst und dich jetzt nicht stundenlang belesen hast, dann weißt du nicht, dass Hanna Farbe, die eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas einwirkt und dann schon Farbe abgibt, ja, bestimmte Chemikalien drin hat, die halt einfach krebserregend sein können und so, warum diese Hanna Farben halt einfach so krass verschrien sind. Es gibt richtig gute Hanna Farbe, die halt einfach, ja, diese bedenklichen Stoffe nicht drin haben soll und die braucht aber 6 bis 8 Stunden, bis man hinterher mal ein Ergebnis sieht. Ja, ich habe auch gedacht, ich probiere das mal irgendwie so ein bisschen im Gesicht aus und muss sagen, das ist nicht so gut gelaufen. Da habe ich direkt gemerkt, so es brennt und irgendwie gibt es direkt so eine kleine Schwellung, direkt Reaktion und habe gesagt, okay, nein, ich hatte es vorher hier schon einmal ausgetestet. Da habe ich aber irgendwie nichts gemerkt, aber da ist die Haut ja auch nicht so empfindlich wie halt im Gesicht, ne? Und deswegen, davon habe ich 3 Stück und die werden direkt wieder ausgemistet, denn auch für die Arme oder sowas möchte ich mir das Zeug definitiv nicht drauf schmieren, denn da muss leider, auch wenn da steht einfach reines Hanna, da muss leider dieser Zusatz drin sein, dieser chemische Kack-Zusatz, der halt einfach so extrem krebserregend und so ist und den möchte ich mir nicht auf die Haut schmieren. Tja, wie das so ist, sowas liest man dann meistens erst hinterher. Naja. Ich habe sogar 4 Stück, habe ich gerade gesehen, das war ein 4er-Pack. Tja, naja. Gut, dann machen wir einfach mal hier bei der Schublade weiter. Wir haben ja letztes Mal schon die Nagellacke so ein bisschen aussortiert, also das eine Mal. Die möchte ich aber noch ein bisschen weiter aussortieren, denn ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, ich benutze die ganzen Farben nicht mehr. Dann kann ich sie besser verschenken, denn ich habe schon, ja, die ein oder anderen Mädels gefunden, die mit Nagellack hier anfangen. Und ich glaube, die freuen sich mehr drüber als ich. Dabei geht es mir vor allen Dingen um diese drei Farben, denn diese knalligen, weiß nicht, Rot, Pink, Purple, ne, halt irgendwie sowas, das, ja, benutze ich nicht mehr so gerne. Das, was jetzt vielfarbe hat, was ich noch gerne nutze, ist der hier, so ein Korall. Den habe ich jetzt auch gerade zum Beispiel auf den Füßen. Ja, hier ist noch so ein Silber, also so ein Chrom, das kann ich mir wohl vorstellen. Hier habe ich eher so ein Anthrazit, da hinten schwarz, weiß, ja, und das sind so Basecoat und Topcoat. Also, dann bin ich da halt auch, was die Farben angeht, halt einfach so ein bisschen minimalistischer, denn, ja, die mag ich irgendwie nicht mehr wirklich tragen. Es ist manchmal doch gar nicht so einfach, wenn man irgendwelche Farben an sich, wie jetzt zum Beispiel, welcher war es? Der hier. So, den hier, den finde ich so schön. Ich finde, dieses Pink ist so toll. Das hat so einen richtigen Perleffekt irgendwie und ich finde es so, so toll. Aber ganz ehrlich, ich finde, es passt nicht mehr zu meinem Typ. Ich mag es halt einfach irgendwie an mir nicht mehr so gerne und dann bringt es halt eben auch nichts, diese Farbe zu behalten. Und bei dem hier zum Beispiel, ich finde, diese Farbe passt zu mir. Den mag ich halt eigentlich ganz gerne, aber ich muss sagen, den hier habe ich von einer im Sterben liegenden Frau im Altersheim geschenkt gekriegt, die ihre Sachen aussortiert hat, weil sie wusste, dass sie bald an Krebs stirbt. Und ganz ehrlich, ich kann den nicht tragen. Ich kann es halt einfach nicht. Dann würde ich einfach ständig auf diesen Nagelack gucken und wäre traurig darüber. Nee. Ich glaube, das ist dann nochmal so eine ganz andere Hausnummer, wenn du deine ganzen Sachen aussortierst und dein ganzes Kram halt einfach irgendwie verschenkst aber du weißt, du bist bald nicht mehr da. Ja, weiß nicht. Das gibt mir dann halt einfach irgendwie, es ist keine schöne Erinnerung an sie, sondern es ist halt eher so, sie musste alles aussortieren, weil Erinnerung und ja, das muss dann vielleicht doch nicht sein. So, dann würde ich sagen, zählen wir mal eben kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwanzig, 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 fünfzwanzig mit Haargummi. Okay, dann sind wir jetzt bei 25, 30 brauchen wir, weil zwei Teile hatte ich ja schon aussortiert. Dann schauen wir mal hier rein. Hier befinden sich so ein paar Pflegeprodukte. Pflegetücher benutze ich selten, aber ich bin ganz froh, dass ich sie habe. Ich habe zum Beispiel im Auto auch so eine Packung für unterwegs. Ist das halt einfach wirklich ein Muss, gerade mit Kind. Ich habe zwar kein Baby mehr, aber ein Kind. Die sind halt einfach super praktisch, aber hier zu Hause benutze ich sie kaum. Bleiben aber da. Dann habe ich hier noch Wundschutzcreme. Ich weiß gar nicht, warum ich die irgendwo mal gekauft habe. Ich glaube nicht, dass die aus einer Babyzeit ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch Wundschutzcreme habe oder für wen ich die mal gekauft habe oder so. Keine Ahnung, aber die darf auch aussortiert werden. Dann habe ich hier noch einen Handschuh, den ich nicht brauche. Der darf auch gehen. Hier sind tatsächlich ganz viele OBs drin, auch wenn ich die relativ selten benutze. Ist aber trotzdem ganz gut, welche da zu haben oder auch für Besuch oder so, weil ich selber kann sie nicht so gut haben. Und hier habe ich noch mal noch so eine Haube. Meine Güte, wo ich diese Hauben überall habe. Wahnsinn, hatten wir letztens schon mal welche. Ja, sind noch mal drei Dinge. Bedeutet, es fehlen jetzt noch zwei. Und dann begeben wir uns mal hier rein. Und ihr seht schon, hier sind noch mal so ein paar Teile, die wir uns demnächst öfter mal oder vielleicht noch mal annehmen können. Hier habe ich eine kleine Kulturtasche. Die ist auch noch gut. Die werde ich behalten. Das ist mein Brillen-Etui für die aktuelle Brille. Die behalte ich auch. Oder das behalte ich auch, denn ich werde mit Sicherheit irgendwann noch mal eine Zweitbrille haben. Und dann ist das ganz praktisch, die sicher zu verpacken. Hier wundert euch nicht, dass ich sowas hier aufbewahre, denn ich benutze die tatsächlich als Mülltüten. Denn ich glaube auch, sowas darf man dann halt einfach noch mal irgendwie weiterverwenden. Anstatt, dass ich jetzt für den Badezimmermüll noch mal wieder eine Extratüte hole. Deswegen benutze ich da halt einfach immer diese Klopapiertüten. Ja, hier haben wir noch Aufsätze für meinen Rasierer. Aber da gehe ich auch immer sehr, sehr sparsam mit um. Hygienehandgel, wobei ich nicht weiß, warum das irgendwie hier im Schrank steht. Das muss schon irgendwie oben stehen, sonst kann man das auch nicht aufbrauchen. Ja, und hier werden wir als nächstes Mal reingucken, denn da sind so ein paar Sachen drin. Da werdet ihr mit Sicherheit lachen. Und da ich noch zwei Sachen aussortieren kann, werde ich welche hier von nehmen. Einmal das pinke Haarspray und einmal das silberne Haarspray. Und wie gesagt, das hier, das bewahren wir uns für die nächste Folge im Badezimmer auf. Das wird nämlich echt witzig. Somit haben wir jetzt mit diesen Karneval-Haarspray-Dingern, die, ja, ich, mir, keine Ahnung, vor bestimmt sieben, acht Jahren oder so was mal gekauft habe. Ich habe keine Ahnung. Gefühlt auf jeden Fall. Ja, wo auch nicht mehr so mega viel drin ist. Ja, endlich 32 Teile beisammen. Die anderen beiden farbigen Haarspray-Tuben, die behalte ich noch, weil mein Sohn, der feiert ja auch manchmal Karneval oder Halloween oder sowas. Da haben wir ihn nämlich auch schon einmal. Ja, einmal mit schwarz und ich glaube auch einmal mit dem Silber irgendwie bei Verkleidung die Haare mit eingesprüht. Und, ja, das ist natürlich dann für Kinder ganz cool. Also, das kann ich dann vielleicht für ihn noch behalten und mit dem Aufbrauchen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt aussortieren. Und, ja, weil die anderen beiden Farben brauchte ich nicht mehr. Ja, ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Hinterlas dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn das so ist. Damit unterstützt ihr nämlich auch noch den Kanal. Dann werden meine Videos besser angezeigt. Dann freue ich mich natürlich sehr und ich weiß, dass ihr solche Videos mögt. Schreibt mir doch gerne mal wieder in die Kommentare, was habt ihr diese Woche ausgemistet und wie viel habt ihr ausgemistet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von euch lesen darf. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Neue Videos gibt es immer donnerstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Und, ja, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vielleicht auch direkt wundervrohes, wundervrohes, fröhliches Ausmisten und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.